Servus ihr Schlingel, hier ist wieder Knochen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von LORUH, DRECKAMBLOT Äh, ich weiß gar nicht genau, wo ich zuletzt aufgehört habe, mein letzter Lockend, der war am 30.03. Das ist schon ein paar Tage her, heute haben wir den, äh, 12.04. äh, 12.05. Also schon über einen Monat. Ja, jetzt kommt mir gar nicht so lange vor, also, ähm, muss ich natürlich erstmal gucken, was wir haben. Den Drachen sehen wir jetzt mal, ne, den kann ich noch nicht nehmen. Ähm, was habe ich zuletzt gemacht? Genau, da wollte ich hier aus dieser... ... die Gegend irgendwie rauskommen, äh, die Katze ist wieder da. Irgendwie keine Lebenspunkte, oder was ist das hier? Scheiße, ich sehe schon mal in der Luft hier. Ähm, dein Wachstum, okay, ich muss auf Level 10 werden Freunde finden, brauche ich nicht, äh, Bilder einer Gruppe, pff. Mehr Wespenstapel, ach ja, hier muss man ewig diese Wespenstapel grinden. Ähm, das war ein G, ich glaube hier mit G, wo man... Ah, wo ist das? Okay, ähm, wo ist das? Well, ähm, wo bin ich denn stehen geblieben? Ich glaube, okay, ich klicke einfach mal hier, genau. Ähm, Hauptquest... Verküppbare, ich weiß, hier habe ich eine verküppbare Quest, warum kann ich denn gerne mal? Mehr Wespenstapel, ich hole erstmal die Wespenstapel. Lila Wespendronen, und ja, komm, wir geben uns mal dorthin. Ich finde das automatische Laufen eigentlich ganz cool. Äh, ich meine, im Prinzip ist es hier bescheuert, ne? Weil, würde man ja noch weniger Spielationen hinschauen, aber, oder weniger selber machen als ohnehin schon. Und da ist es nicht so, hier klicke ich nicht mehr auch auf die Webseite. Das habe ich letztens auch schon so abgefuckt. Hier sind die Wespen, gut, wir sind nicht weit entfernt. So. Attack! Ruckerklick. Aufgehender Stern. Ach ja, das bin ich. So. Eigentlich sollte mein Pet die looten. Macht's aber nicht mehr. Irgendwas war da, ich... Ja, genau, ich weiß, letztens ist die Katze gestorben. Seitdem lootet die nichts mehr. Das loot jetzt also selber machen. So, ziemlich nervös. Okay, ich mach relativ viel Schaden. Also liegt aber einfach daran, ich bin ja auch schon etwas höher hier. Was ich blöd finde, ist, dass meine Katze jetzt nichts lootet. Fehl, fehl, fehl. Oh, dann ist er richtig niedlich. Hier, fehl, hier. Gut, Erfahrung erhalten. Warum fliegt der Looter hinten? Scheiße. Warum macht deine Katze überhaupt nichts mehr? Ich bin auch scheiße. So, ich sammle natürlich alles ein. Westenstache, was? Echt, jetzt muss ich hier ganz schön lange briten. Fert mir gerade auf. Ich muss hier richtig lange briten, bis der Krempe immer fertig ist hier. So, ich krieg Leben dazu, wie man zwischendurch sieht. Plus drei und dies und jenes. Fehl, wieder verfehlt, wieder verfehlt. Nur einmal eine Special Moves hier. Tja, tja. Warum bleib ich nicht an? Warte. Hallo. Das war ja mal ein Sheet. Aber ich hab jetzt glaube ich verstanden, das aktiviert man und beim nächsten Hit wird's erst ausgeführt. Das ist ja auch ein bisschen komisch jetzt irgendwie. Okay, ich hab einen Westenstapel. Ich hoffe, ich krieg hier noch einen Westenstapel. Ich hab doch noch so'n... Okay, die Dinger hab ich jetzt. Magie-Pulver. Was war das jetzt? Okay. Ich kann verkau... Äh, 440, äh, Level. Was? MP? Was ist das, MP? Magie-Punkte. Magie-Punkte. Hab ich noch nicht so'n Heilkraut hier irgendwie sowas? Lebensblume. So, ist das jetzt benutzt oder ist das nicht benutzt? Sag ich mit meinem Fett hier los. Hm. Äh, Lebensblume, Autostelle, 25 AP. Hab ich noch nicht benutzt. Ja, wie benutze ich das denn? Wie im Fack hier. Ich drücke jetzt einfach die Null. Und ob das wird nicht funktionieren? Äh, dann eben nicht. So. Der Westenstapel ist fertig. Gebe ich ab. Bye. Schau. Bei Schau. Schau. Schau, dass den schneller laufen kann. Ja, das ist kindisch. Ich weiß, ich weiß, das ist kindisch. Man sieht völlig nicht gut aus. So, muss ich einfach einschauen. Mehr Wesmes-Staffel. Ne, ich will nicht noch mehr Wesmes-Staffel. Echt, jetzt mal ganz im Ernst. Die Wörter mal auf. Lagerverwalterin. Gut, dann muss ich vielleicht auch weg. Ich will eigentlich nicht noch mehr annehmen. Ihre Itembelohnung. Blablabla. Blablabla. Wie soll ich denn hier annehmen? Okay, jetzt ist die Quest jetzt beendet. Ich will das nicht noch mal annehmen. Ich hab keinen Bock mehr auf diese blöden Quest jetzt. So. Verfügbare Quest. Stand doch irgendwo rum hier. Oh, siehst du Scheiß. Ach, sieh. Cool ist natürlich Quest. Klar. Verfügbar. Ich glaube, ich muss einfach da hin. So, den Quatsch mal, hör zu, dass das nicht gelungen wird. Das blöde ist, man will auch nicht zu weit weglaufen. Das ist irgendwie logisch. Ich weiß nicht, wo leuten die jetzt hin. Verfügbar müsste ja heißen, dass die Quest verfügbar ist und ich sie jetzt annehmen kann. Also gehe ich davon aus, ich kann sie jetzt auch annehmen. Und muss da nicht ewig warten. Oder jetzt läuft hier irgendwo blöd rum. Das sind Spieler. Das sind Spieler. Ein richtiger Spieler. Na gut, man sieht, dass die Spieler sind, die Quatsch haben ja gerade voneinander, aber... Ich muss irgendwann sowieso mal durchgucken. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Und hier ist einer. Die sind noch lauter Dailies, oder was? Karosserie, Mechaniker, Arme... Oh, was ist das denn? Ich bin der beste... Ich bin der beste... Ich bin der beste... Ich bin der beste... Ich bin mit 10 Schrauben, 10 Engländer und 10 Schraubendreher. Wie bei dem Monster... Okay, das nehme ich einfach mal an. So... Ich nehme jetzt die an. Lackierung Gutschein. Ich nehme mir 10 Pensel, labere die Sülz und das nehme ich auf. Und ihn hier. Hier kommt... Karosserie Gutschein. 10 Schleifpapiere, nehme ich alles mit. Okay, es ist also World Droppings hier. So, er würde mein Auto dann irgendwie... Gute Nachts Server. Ey, wir haben es nicht mal um 9. Nicht mal um 9 abends. Und daher geht schon das Bett. Naja, gut. Was ist das denn eigentlich? Die Rentliste, irgendwie gibt es Events. Todeswellen. Nimm die Herausforderung an. Überstehe 10 Monsterwellenspiele ab Level 14. Okay. Gesetzt des... Ein PvP-Event. Ah! Mach ich demnächst mal mit. Ich mach auf jeden Fall demnächst mal PvP. Aber jetzt lass ich dann erstmal... Wo will ich denn jetzt hin? Verfügbar, dann war es. Hallo? Das ist der Typ hier direkt vor mir. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ich verkicke mich. Bin ich hier? Aha. Und mit Rechtsklick ist überhaupt nichts. Gut. Das war es nicht. Ich habe doch B für Bags. Das habe ich gerade drückt. Und wie war er? Ah, C. Charakter. Genau. Wir haben was. Oh, Lehrlingsmeister. So. Wo ist denn hier meine Katze? Hier oben muss die Katze sein. Oder war das P für Pet? Tatsächlich. Was ist denn? Rufen. Fähigkeiten. Aufsatteln. Aufsatteln? Aufheben. Ja, warum macht er das nicht? Warum macht er das nicht? Irgendwann, Pfogger. Muss man das hier reinziehen? Irgendwann. 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 Und dein Pet geben, der kostet nur 72 Silber. Müsste ich haben. Okay. Jetzt brauche ich natürlich einen Ticken länger hier, um weiterzukommen. Das ist natürlich auch scheiße. Leben unsterblich. Kann also nicht sterben. Warum sammelt er nichts mehr ein? Ein kleiner Trucker. Windfufeisen. Ist das ein Reitier? Ich benutze ja den Pet als Rettier oder wer ist denn ein Begleiter sein? Jetzt Begleiter würde der automatisch einsammeln. Und genau das will ich doch. So, er soll alles einsammeln. Guck, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Wir gucken jetzt erstmal drüber. So, ich nehme jetzt erstmal die Quest auch noch an. Eine Lehrlingsprüfung. Eine Lehrlingsprüfung. Ja, erste Lehrlingsprüfung. So, ich gehe davon aus, dass ich es habe. So, Annahme. Ich habe keinen Mentor. Der Mentor und seine Hellingen können nur gemeinsam... Ach, scheiße. Stimmt, der war ja jetzt irgendwas. Dann muss man sich hier irgendeinen Typen suchen, der einen da helfen soll. Irgendwie sowas war das, ne? Okay, muss ich wohl nochmal... Scheiße, aber dann... Ähm... Gott, ich sehe... Boah, ich sehe... Wie viel... Die Pickel sind noch hier. Ich sehe mich, du... Mit zweitfach war ich auch nicht. Widerständen dann dies und jene, das wird ja alles. Scheiße, wenn man Spiele so selten spielt, dann nicht mehr durchsieht, oder? Sag mal, richtig tuntig. Ähm... Da fehlen noch Klamotten. Ansehen ist der Spender, kann man hier auch ableisten. Status, wo sehe ich denn die XP hier? Müdigkeit Zero. Ich kann doch jetzt nicht ewig so einen beknackten Wespenstachel da sammeln. Guck mal, jetzt lädt er hier irgendwas auf. Ach, ne, das ist eine XP. Ja, scheiße. Dein Wachstum Event-Quest-Gutscheine... Ähm... Okay, ich mache jetzt erstmal, ähm... Warte, die Quäste über Bao Cheng. Bei Cheng? Bei Cheng? Bei Cheng Kao, so. Bei Cheng Cao Cao. Schwierig, kann man nicht weiß, wie diese verdammten Namen ausgesprochen werden. Aber... Aber... Jetzt kommen wir doch mal ein bisschen näher ran, hier. Aber der Helm sieht richtig stull aus. Muss ich ehrlich mal sagen. Ich hoffe, ich krieg halt was anderes. Was ist das hier? Was ist das? Jetzt haben wir nur die Koordinaten an, haben wir ja auch nicht viel von. Auch nicht viel von, auch nicht viel von. Das ist ja mal keiner los. Naja, während wir hier so laufen... Ich bin auch nur, so.